Die Umsatzsteuervoranmeldung 2024 in Elster Online ausfüllen, geht ganz einfach mit diesem Tutorial. Jeder Selbstständige kennt sie und für die meisten ist es eine lästige Aufgabe, zu der wir aber in der Regel gesetzlich verpflichtet sind. Ganz egal, ob also monatlich oder vierteljährlich, irgendwann möchte das Finanzamt unsere Zahlen in der Umsatzsteuervoranmeldung mitgeteilt bekommen. Wie das geht und worauf du dabei achten solltest, zeige ich dir kurz und kompakt in diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute zeige ich dir, dass eine Umsatzsteuervoranmeldung 2024 eigentlich ganz einfach sein kann, wenn man die wichtigen Felder kennt. Dazu nutzen wir die offizielle und kostenlose Variante auf Elster Online. Wenn du in Zukunft regelmäßig Videos mit nützlichen Tipps rund um Steuern und Finanzen sehen möchtest, dann abonniere am besten jetzt direkt unseren Kanal, es wird sich für dich lohnen. Bevor wir mit den Eintragungen starten, noch der kurze Hinweis, dass es sich dabei um meine Meinung handelt und ich kein Steuerberater bin. Je nachdem, wie viel Umsatz du erzielst bzw. wie viel Umsatzsteuer du ans Finanzamt abführen musst, gibt es unterschiedliche Fristen. Im Gründungs- und Folgejahr gilt immer erstmal die monatliche Voranmeldung. Außer man wendet die sogenannte Kleinunternehmerregelung für sich an, wozu wir dir gern ein weiteres Video verlinken, oder man gehört zum Kreis der Unternehmer und Selbstständigen, die keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze erzielen, wie zum Beispiel Versicherungsvermittler, Vermieter, Heilberufe, Pflege- und Bildungseinrichtungen und einige mehr, die man alle in § 4 des Umsatzsteuergesetzes findet. Auch dann kann man sich nämlich von der Voranmeldung befreien lassen. Wichtig, in allen Fällen muss man dennoch jährlich eine Umsatzsteuererklärung abgeben, auch wenn dort dann gegebenenfalls 0 Euro eingetragen wird. Ansonsten bleibt es zunächst bei der monatlichen Abgabe, wie erwähnt, welche im Normalfall immer bis zum 10. des Folgemonats abgegeben werden muss, also für Januar 2024 müsste dies nun bis zum 10.02.2024 abgeschlossen sein. Bei einer vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldung wäre dies für Januar bis März beispielsweise dann wiederum der 10.04. Fällt der 10. des Folgemonats nicht auf einem Werktag, gilt die Frist dann immer bis zum nächsten Werktag. Genug von der Theorie, wir starten jetzt in Elster Online. Wie du dort hinkommst und dich registrierst, auch dazu verlinken wir dir gern ebenfalls ein Video. Wenn du dich eingeloggt hast, dann sieht das in Elster in etwa so aus und du kannst nun hier nach unten gehen auf die Umsatzsteuervoranmeldung. Im ersten Schritt wählst du einen entsprechenden Zeitraum aus. Wir gehen hier in das Kalenderjahr 2024, damit du auch gleich die neuen Formulare siehst. Eine gute Nachricht gibt es zu Beginn, wenn du mal eine Umsatzsteuervoranmeldung erfolgreich abgeschickt hast, dann kannst du in den nächsten Monaten immer hier auf Übernehmen gehen, sollte sich nichts geändert haben, und dann werden die Daten größtenteils auch für den nächsten Monat eingetragen. Das spart natürlich im Idealfall ordentlich Zeit. Wir wollen aber eine Umsatzsteuervoranmeldung neu machen und gehen hier jetzt auf den Monat und sagen Januar, auch wenn der noch nicht um ist, denn ganz wichtig, eine Umsatzsteuervoranmeldung wird immer für den vergangenen Monat gemacht und das mit der Frist eben bis zum 10. Tag des Folgemonats. Also wir sagen mal Januar, er wird jetzt hier im weiteren Verlauf dann auch etwas meckern, denn der Januar ist zum Zeitpunkt der Videoerstellung ja noch gar nicht rum. Aber damit wir weiterkommen, wählen wir das so aus. Hier ein wichtiger Punkt, berichtigte Anmeldung. Solltest du mal feststellen, dass Daten, die du übermittelt hast zu einer Umsatzsteuervoranmeldung, vielleicht falsch waren und willst das korrigieren, dann machst du einfach eine neue und gehst hier auf berichtigte Anmeldung und dann versteht das System und der Sachbearbeiter das auch beim Finanzamt. Ebenfalls ein wichtiger Punkt sind hier die Belege. Darüber stolpern einige, denn man muss ja tatsächlich auch als Selbstständiger gar keine Belege einreichen für fast alle Dinge, die jetzt im Folgenden kommen. Belege spielen also so gar keine Rolle. Du kannst das natürlich meistens freiwillig machen, wenn du vielleicht große Geschäftsbewegungen hattest, die untypisch für deinen Geschäftsbetrieb sind, damit der Sachbearbeiter sich vielleicht Rückfragen erspart, weil er die Belege gleich hat. Ich persönlich mache das aber nicht und das kannst du dir, wie gesagt, auch sparen. Du bist nicht verpflichtet dazu in fast allen Fällen und kannst das also freilassen. Du musst keine Belege einreichen, wollte ich nochmal an der Stelle betonen. Wir gehen etwas weiter nach unten und könnten nun eine Datenübernahme eben aus dem Profil machen, was du dir angelegt hast mit Elster Online und wählen dann das zuständige Bundesland aus, in meinem Fall Berlin und die Steuernummer. Hier lauert schon die erste Falle. Das ist nicht die Umsatzsteueridentnummer, denn wie wir sehen, sind hier Schrägstriche dazwischen. Man könnte ja meinen, Mensch, ich mache eine Umsatzsteuervoranmeldung, dann muss ich doch meine Umsatzsteueridentnummer eintragen, dem ist aber nicht so an der Stelle. Hier kommt deine Steuernummer rein, die mit den Schrägstrichen, die entweder dir oder deinem Gewerbe zugeordnet ist. Das Finanzamt wird dann automatisch ermittelt. Nun kann man entweder über diese Felder hier in der Navigation weitergehen oder aber hier unten. Wir sagen einfach mal nächste Seite und können hier nun die Angaben zum Unternehmen machen. Das ist, denke ich, mal selbsterklärend. Darauf brauche ich jetzt nicht weiter eingehen. Hier unten noch ein Punkt, ich persönlich habe tatsächlich meine Kontaktdaten angegeben beim Finanzamt. Denn wenn die mal Rückfragen haben, geht das auf dem telefonischen Weg einfach viel schneller. Muss man aber nicht machen, kann man machen. Der zweite Reiter ist auch für die meisten, die dieses Video schauen, wahrscheinlich nicht so relevant. Hier geht es um eine Mitwirkung und Beratung, zum Beispiel von einem Steuerberater. Da könnten dementsprechend die Daten eingetragen werden. Aber ich denke, wer das Video schaut, möchte es selber schaffen und will die Umsatzsteuervoranmeldung eben ohne fremde Hilfe auch erledigen. Deswegen gehen wir jetzt auf den Teilbereich Nummer 3. Und hier wird es interessant, denn Lieferung und sonstige Leistung. Tja, was soll das sein? Genau das, was wir suchen. Nämlich alle Einnahmen, die wir hatten, müssen hier rein im entsprechenden Monat. Man hätte das vielleicht auch reinschreiben können. Aber in Elster heißt das halt Lieferung und sonstige Leistung, die wir eben erbracht haben und wofür wir Geld bekommen haben. Und jetzt sehen wir es schon, in der Regel wird das eben zum Steuersatz von 19% gewesen sein. Das ist ja mittlerweile wieder für die meisten Dinge auch der Umsatzsteuerprozentsatz, der angegeben ist. Rein theoretisch gibt es auch für digitale Güter, wie zum Beispiel E-Books hier, oder eine Zeit lang in der Gastronomie, auch die 7%, auch die 0% oder andere Steuersätze. Das ist ja fast gar nicht relevant. Aber in den meisten Fällen werden es Umsätze zu 19% sein. Ganz wichtig, hier kommen die Nettoumsätze rein. Mal angenommen, man hat also in einem Monat Rechnung gestellt für 11.900 Euro brutto. Dann sind in den 11.900 Euro brutto ja schon die Umsatzsteuer mit dabei, die man eingenommen hat. Man muss also nur die 10.000 Euro eintragen und das Programm rechnet dann selber aus, welche Steuer zu zahlen ist. Also hier auf gar keinen Fall die Bruttoumsätze eintragen, erklärt einem sonst keiner. Wie gesagt, hier wichtig, die Nettoumsätze und darauf kommt es an. Und die werden auch immer gerundet, also gar nicht mit Komma oder sowas. Hier einfach den vollen Betrag eintragen. Etwas weiter unten finden sich noch Sonderfälle, wie zum Beispiel Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe. Oder aber auch Getränke und alkoholische Flüssigkeiten, zum Beispiel Wein. Wer damit handelt oder dort eben Einnahmen erzielt hat, der kann das hier entsprechend eintragen. Hier bei den steuerfreien Umsätzen mit Vorsteuerabzug handelt es sich auch eher um einen Sonderfall. Wenn du zum Beispiel Geschäftsbeziehungen mit dem Ausland hast und selber eine Lieferung getätigt hast, an einen Abnehmer mit Umsatzsteueridentifikationsnummer und auch einen Vorsteuerabzug hier gewünscht ist, dann kannst du dementsprechend Eintragungen machen. Aber ich rate generell, das wird auch in den nächsten Schritten noch manchmal der Fall sein, wenn es so um das Thema EU-Ausland geht oder auch Dreiecksgeschäfte von Unternehmen, ja, dann sollte man sich so doll einlesen und vielleicht wirklich auch einen Steuerberater dazunehmen. Da kann ich persönlich nicht dazu raten, das Ganze selber zu machen. Und da hilft auch so ein Tutorial hier nicht weiter. Deswegen lasse ich das eher außen vor. Etwas weiter unten, das ist ein relevanter Punkt, das sind die steuerfreien Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Und hier sehen wir es schon, in dem Fall Paragrafen stehen immer viele da, aber hier geht es um Umsätze nach § 4 Nummer 8 bis 29 Umsatzsteuergesetz. Und das betrifft einige Berufsgruppen. So sind zum Beispiel Versicherungsvermittler oder auch gewisse Heilberufe eben davon befreit. Die können einfach Umsätze machen und haben mit der Umsatzsteuer nichts zu tun. Die müssen keine Kleinunternehmerregelung anwenden oder sonst irgendwas. Die haben schlichtweg sozusagen auf ihre eigenen Einnahmen keine Umsatzsteuer einzunehmen und zu entrichten. Und das wird hier zum Beispiel eingetragen, also wenn jemand Versicherungsvermittler war zum Beispiel und der hat hier 5000 Euro Provisionen gemacht im Monat, dann kann er das damit deklarieren und auch eintragen gegenüber dem Finanzamt. Wir nehmen das mal wieder raus, damit das System jetzt nicht meckert. Aber deswegen, das Feld kann für einige Berufsgruppen wichtig sein. Wenn man sich unsicher ist, ob man dazu gehört, einfach wirklich in den Paragrafen schauen und die Nummern 8 bis 29 durchgehen und dementsprechend dann seine Eintragung machen. Für den Rest aber sind die Felder hier oben relevant. Und die gute Nachricht, das war es eigentlich schon mit den Angaben zu deinen Einnahmen. Jetzt kommen die Ausgaben. Aber generell geht, je besser man seine Finanzen als Selbstständiger im Griff hat, umso erfolgreicher wird man auch. Und umso einfacher gelingt auch die Buchhaltung später. Dabei bildet die ideale Grundlage bereits das richtige Geschäftskonto. Mein Favorit ist hierfür das Geschäftskonto von First. Bietet dir die Sicherheit und Kompetenz der Deutschen Bank als digitales Geschäftskonto ab 0 Euro monatlich. Dazu eine kostenlose Kreditkarte, flächendeckende Bargeld-Ein- und Auszahlung und eine volldigitale Kontoeröffnung mit deutscher IBAN und kostenlosem Kontenwechsel-Service, wenn du magst. Solltest du dir unbedingt mal anschauen. Meine klare Empfehlung in diesem Bereich. Und nun in den folgenden und nächsten Teilbereichen geht es eben um deine Kosten. Das, was du sozusagen ausgegeben hast an Geld, wenn du eben Ware zum Beispiel oder Lieferungen bezogen hast. Und da gibt es die innergemeinschaftlichen Erwerbe. Da geht es wiederum um die Erwerbe aus dem EU-Ausland. Das ist mit der Gemeinschaft übrigens gemeint. Die EU-Gemeinschaft und die anderen Länder. Und dementsprechend gibt es da auch wieder verschiedene Formen für gewisse Gegenstände. Anlage, Gold etc. Spielt hier eine Rolle. Und das kann zu diesen Punkten angegeben werden, denn man zahlt ja keinen Zoll darauf, weil das aus dem EU-Ausland kommt. Aber man muss eben dafür sorgen, dass das Ganze hier dann versteuert wird. Und da, wenn du etwas bezahlt hast sozusagen und Ware bezogen hast oder eine Leistung aus dem Ausland, dann dementsprechend hier die nette Umsätze eintragen. Das Programm rechnet dann wieder die Steuer oder die darauf gezahlte Steuer selber aus. Leistungsempfänger Teilbereich Nummer 5 als Steuerschuldner nach § 13b. Das ist das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Möchte ich an der Stelle auch nicht näher darauf eingehen, weil da kann man wirklich viel falsch machen. Und selbst für mich ist es, weil ich nicht so oft damit zu tun habe, immer wieder ein schwieriges Feld, wo ich mich einlesen muss. Da gibt es andere Tutorials zu und andere Experten. Bitte dann dementsprechend danach schauen. Wir gehen nämlich gleich zu den ergänzenden Angaben zu Umsätzen. Und auch hier, davon bin ich nämlich auch persönlich betroffen, gibt es einen Bereich, die nicht steuerbaren sonstigen Leistungen und übrige nicht steuerbare Umsätze Leistungsort nicht im Inland. Was kann das sein? Zum Beispiel bei den YouTubern und die ganzen Influencer da draußen, die es so geben kann, wenn die zum Beispiel Werbeeinnahmen haben und von einem Partner aus dem Ausland. Google ist zum Beispiel hier ein Beispiel, bei YouTube dementsprechend. Und wenn dort Einnahmen kommen, dann müssen die dennoch deklariert werden. Und wenn man dort eben 2.000 Euro zum Beispiel bekommen hat oder 500 oder wie auch immer, dann trägt man das dementsprechend ein. Wirkt sich jetzt nicht auf die Umsatzsteuer aus, aber das Finanzamt möchte diese Daten einfach gemeldet bekommen. Und jetzt kommt der wichtigste Bereich, auf den alle gewartet haben, nämlich der Bereich Nummer 7, die abziehbaren Vorsteuerbeträge. Kurzer Mini-Exkurs an der Stelle, weil wir auf der einen Seite bei unseren Einnahmen, außer wir wenden die Kleinunternehmerregelung an oder gehören zu einem der Sonderfälle dieser Berufsgruppen, müssen wir auf unsere Einnahmen eben 19% oder 7% zum Beispiel Umsatzsteuer erheben, diese unserem Gegenüber auch in Rechnung stellen und der muss das Geld an uns bezahlen. Haben wir schon geklärt. Jetzt können wir aber im Gegenzug dazu, auch wenn wir selber Kosten hatten und eben Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer bezahlt haben, diese uns anrechnen lassen und in Anführungsstrichen zurückholen. Wenn man also sich zum Beispiel in einem Monat einen Rechner gekauft hat, einen Laptop für 1.190 Euro, dann hat der Brutto zwar 1.190 Euro gekostet, da sind aber 19% Mehrwertsteuer drin. Also 190 Euro, die wir selber bezahlt haben an einen anderen Unternehmer. Und diese 190 Euro können wir uns als sogenannte Vorsteuer wieder zurückholen bzw. anrechnen lassen. Man würde sie also hier eintragen, 190 Euro. Jetzt ganz wichtig, nicht für jeden einzelnen Posten, den man gekauft hat oder wo man eben Umsatzsteuer bezahlt hat. Das kann ja zum Beispiel auch bei einer umsatzsteuerpflichtigen Miete sein, die man für sein Büro oder seine Firma bezahlt hat oder die ganzen vielen verschiedenen anderen Dingen, denn überall steckt ja fast Umsatz und Mehrwertsteuer mit drin. Diese Beträge rechnet man zusammen. Da hilft es natürlich wieder, wie gerade bei First, dem Geschäftskonto erwähnt, dass man eine gute Buchhaltungssoftware hat bzw. ein gutes Geschäftskonto. Denn damit hat man diese Beträge leicht im Überblick und spart sich das mühselige Zusammenrechnen. Ansonsten muss man es nämlich zusammenrechnen und das Ganze dann auch bitte exakt auf den Centbetrag richtig angeben. Und hier würde jetzt zum Beispiel, wenn das eben dem entsprechenden Monat so war, ein Betrag von 500 Euro drin stehen und der wird einem dann später angerechnet. Die anderen Beträge sind nicht ganz so relevant, sondern hier im Schritt 9 wird dann das Ganze, was wir angegeben haben, zusammengefasst. Und jetzt wissen wir auch gleich, müssen wir etwas bezahlen oder kriegen wir vielleicht sogar Umsatzsteuer wieder. Das kann nämlich passieren, wenn man mehr Vorsteuer gezahlt hat, als man eingenommen hat, weil man zum Beispiel gerade am Anfang einer Unternehmung steht und viel mehr Investitionskosten am Anfang hat, weil man erstmal Einrichtungen kaufen muss und alles und auch gar keine Umsätze, dann kann auch das passieren. Dann kriegt man das tatsächlich erstattet vom Finanzamt. Die Rechnung sieht in unserem Beispiel jetzt wie folgt aus. Wir hatten steuerpflichtige Umsätze, leider werden die hier nicht nochmal eingetragen, sondern man sieht nur noch die Steuer und darauf hätten eben 1.900 Euro eingenommen werden müssen und müssen auch entrichtet werden ans Finanzamt. Aber wie ich es erwähnt habe, davon werden abgezogen die Vorsteuerbeträge, also die Kosten, die wir selber hatten, da wo wir Ausgaben bzw. Steuern bezahlt haben an andere Unternehmer. Das waren 500 Euro und dementsprechend ein verbleibender Betrag von 1.400 Euro und wir müssen also 1.400 Euro bezahlen. Das Ganze kann man dann prüfen lassen. Hier oben in unserem Fall meckert das System natürlich, weil wir ja keine Angaben zum Unternehmen gemacht haben und weiteres. Aber ansonsten könnte man jetzt auf Versenden gehen und muss dann im Nachgang das Geld selber ans Finanzamt überweisen oder man macht ein Lastschriftmandat, dann ziehen die das Geld dementsprechend ein. Unbedingt an die Frist halten, ganz wichtiger Punkt, sonst wird das Finanzamt wirklich irgendwann zickig, auch völlig zurecht und wird auch mit Gebühren nicht gerade sparsam sein. Die werden sie immer in Rechnung stellen. Also der 10. des Folgemonats ist immer relevant. Geschafft! So einfach kann eine Umsatzsteuervoranmeldung sein. Natürlich ist jeder Steuerfall anders und es gibt viele Sonderfälle, aber gerade hast du schon mal die Grundstruktur gesehen. Wie erwähnt, hilft bereits die Wahl des richtigen Geschäftskontos, deine eigenen Finanzen besser im Griff zu haben und dieses dann auch im Idealfall mit einer intelligenten Buchhaltungssoftware zu verknüpfen. Das Geschäftskonto von First bietet dir ja unter anderem genau diese Möglichkeit. Viel Erfolg dabei und bei der Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung im Jahr 2024 in Elster Online. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben für dieses Video als kleine, aber feine Unterstützung unserer Arbeit freuen und wenn du unseren Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, dein Finanznerd Simon.